Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, Projekt Inverted Classroom und auch zuständig mit für die Planung Umsetzung des Tags des Lehre 2016. Und Herr Decker, bitte, könnten Sie sich kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Christian Decker, ich bin Hochschullehrer an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und ich werde auch am fünften Tag der Lehre in St. Pölten zu Gast sein. Hauptberuflich habe ich eine Professur für internationale Betriebswirtschaftslehre, aber ich beschäftige mich auch mit dem Thema Hochschuldidaktik sehr intensiv, weil das für mich letztendlich zu meinem Beruf dazugehört, ein integraler Bestandteil meiner Tätigkeit ist. Okay, welches Thema werden Sie beim Tag der Lehre einbringen? Ja, mein Thema lautet die Fallstudienbasierte Klausur als schriftliche Prüfungsleistung, ein Beispiel für die kompetenzorientierte Restrukturierung einer Modulprüfung. Und es ist letztendlich ein Praxisbericht. Ich werde dort im Diskussionsforum darüber berichten, ich werde auch ein Poster mitbringen, und ich werde im Diskussionsforum darüber berichten, wie ich eine Klausur auf ein kompetenzorientiertes Prüfungsformat umgestellt habe. Okay, was heißt kompetenzorientiertes Prüfungsformat? Was kann ich mir dazu vorstellen? Also bei uns ist es so, wir sind jetzt ungefähr seit zweieinhalb Jahren laut bei uns an der Hochschule ein Projekt, Kompetenzorientierung in der Hochschullehre, kompetenzorientiertes Lernen, Lernen, Prüfen. Es gab auch umfangreiche Initiativen, wo auch verschiedene Kolleginnen und Kollegen geschult wurden, die jetzt auch als Multiplikatoren für das Thema Kompetenzorientierung tätig sind. Wir versuchen letztendlich das, was durch regulatorische Rahmen vorgegeben ist, europäischer Natur, nationaler Natur, versuchen wir letztendlich zu operationalisieren im Alltag. Das Thema bei uns lautet akademische Kompetenzorientierung. Also der Begriff Kompetenz ist ja ein sehr inflationär verwendeter Begriff. Und je nachdem, was die Perspektive ist, Berufsbildungsforschung, empirische Bildungsforschung etc., gibt es vielleicht auch Nuancen in der Definition. Ich würde sagen, für uns in der Hochschullehre bedeutet es letztendlich, dass wir uns überlegen, auf welchem taxonomischen Niveau wir uns bewegen wollen, wenn wir Learning Outcomes definieren und wenn wir diese Learning Outcomes auch nachher im Rahmen von Prüfungen de facto überprüfen. Also eine Prüfungsdiagnostik haben, die de facto zu dem intendierten Learning Outcome passt und auch geeignet ist, um dieses Learning Outcome zuverlässig und objektiv zu überprüfen. In diesem Zuge haben wir, das ist so ein Rollout-Prozess und bei mir am Department läuft das jetzt so, dass wir in einem ersten Schritt alle Modulbeschreibungen erst einmal überarbeitet haben. Es gab verschiedene Workshops und haben versucht, diese Modulbeschreibungen in ein einheitliches Format zu bringen. Die hatten vorher auch ein einheitliches Format, aber was man dort hatte, das ist so dieses, was man häufig sieht, dieses typische Sammelsorium von verschiedenen Zielen, die man in einer Lehrveranstaltung verfolgen möchte. Aber diese Ziele sind in sich nicht kongruent, nicht in sich aufeinander abgestimmt. Und am Ende weiß man nicht so recht, was soll als Lernergebnis eigentlich herauskommen, insbesondere als Lernergebnis, wenn man einen eher handlungsorientierten Ansatz verfolgen möchte. Also die Studierenden befähigen möchte, am Ende auch handlungsorientiert etwas zu verbringen. Und da haben wir uns ein bestimmtes Format, das haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, das ist letztendlich auch durch einen entsprechenden Coaching-Prozess in die Hochschule hineingetragen worden. Wir haben also ein bestimmtes Format, das wir verwenden, das werde ich auch am Tag der Lehre vorstellen. Und in diesem Format haben wir jetzt einheitlich die gesamten Modulbeschreibungen formuliert, insbesondere die Learning Outcomes, wo das relativ klar ist für die Studierenden, auch für die Lehrenden natürlich, für die Externe, für Akkreditierungsagenturen, für die interne Systemakkreditierung, dass relativ klar ist, was eigentlich das intendierte taxonomische Niveau so einer Veranstaltung ist oder einer jeweiligen Lehrveranstaltung oder eines Moduls. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, dass man da die Prüfung drauf abstellt. Was wir halt jetzt gemacht haben, wie gesagt, im ersten Schritt haben wir die Modulbeschreibung überarbeitet und dann wird so ein Prozess in Gang gesetzt. Da setzen wir sich natürlich nochmal ganz anders mit der eigenen Lehre auseinander, überlegt sich auch, wie muss man vielleicht eine Prüfung umstellen. Es gibt da vielleicht auch bestimmte Formate. Ich habe dann nicht unbedingt die Möglichkeit, das ideale Format zu wählen. Das war jetzt bei mir der Fall. Bei mir war letztendlich nur das Prüfungsformat Klausur vorgegeben, bei diesem Beispiel, was ich vorstellen werde. Und jetzt ging es für mich darum, wie kann ich diese Klausur aufwerten, dass es also einerseits nicht ein Reproduzieren von Fakten ist, von dem man ja letztendlich weg möchte, und auch nicht ein Besinnungsaufsatz ist, der im luftleeren Raum schwebt, sondern wie schaffe ich es, jetzt eine schriftliche Prüfungsleistung abzunehmen und gleichzeitig die Studierenden herauszufordern, auf einem vergleichsweise hoch angesiedelten kognitiven taxonomischen Niveau. Und dafür habe ich mir ein Format ausgedacht, und zwar die Fallstudie oder die Fallstudienbasierte Klausur. Fallstudien sind ja bekannt, setzen wir natürlich auch normalerweise jetzt im Unterricht, in der Lehre ein. Und vielleicht hat man mal auch eine kleine Fallstudie, wenn man das so bezeichnen mag, in einer Klausur. Aber hier geht es in der Tat darum, dass ich die Studierenden in der Prüfung mit komplexen Sachverhalten konfrontiere, die ihnen völlig unbekannt sind. Sie werden also erstmalig mit einem Sachverhalt in der Prüfung konfrontiert. Und es geht jetzt nicht darum, Wissen zu reproduzieren, sondern es geht darum, die Zeit zu nutzen, um sich in diesen Sachverhalt hineinzudenken. Es ist jetzt auch nicht gefordert, dass sie die perfekte, die wahre oder die richtige Lösung zeigen, sondern was ich beobachten möchte oder was ich diagnostizieren möchte, ist, ob sie in der Lage sind, mit dem, was sie in der Veranstaltung gelernt haben, ob sie mit diesem Rüstzeug, mit diesen Werkzeugen in der Lage sind, sich diesem Problem zu nähern. Es geht also jetzt gar nicht darum, das Problem abschließend zu lösen, sondern sie sollen eben anhand eines neuen Problems sich beweisen oder letztendlich auch demonstrieren, welches Learning Outcome sie erreicht haben. Das ist natürlich dann nicht mehr so zu korrigieren, wie man das klassischerweise in einer Klausur machen würde, wo man sagt, Begriff A wurde genannt, ein Punkt, Begriff B wurde genannt, der nächste Punkt und am Ende summiere ich auf und habe dann so einen Prüfungsalgorithmus, der mir dann eine Note bescheinigt. Ich muss hier also anders rangehen. Ich muss letztendlich die Qualität der Antwort in ihrer Gesamtheit würdigen und ich muss in der Lage sein, jetzt auch zu differenzieren, was natürlich nicht einfach ist, wenn man vor allem auch gerecht benoten will im Vergleich zu anderen Studierenden. Und dafür habe ich ein Niveaustufenmodell entwickelt mit verschiedenen Niveaus, die man dann natürlich in Noten transformieren kann. Und dieses Niveaustufenmodell, das lege ich dann quasi als Schablone auf die Klausur und schaue, ob ein entsprechendes Niveau erreicht wurde. Und dann gibt es natürlich dann auch eine entsprechende Verschriftlichung des Urteils. Also die Studenten bekommen nicht nur eine Note, sondern sie erfahren dann letztendlich auch, auf welchem Niveau haben sie welche Leistungselemente gezeigt. Und dann kann man ihnen eben auch später, wenn es dann zu einer Nachbesprechung kommt oder zur berühmten Klausureinsicht, die Studenten möchten dann genau wissen, warum war es denn jetzt nur eine 2 und keine 1. Dann kann man dann eben auch zeigen, okay, an dieser oder jenen Stelle, da wurde ein bestimmtes Niveau nicht erreicht. Und dann geht es eben nicht darum, dass nicht bestimmte Begrifflichkeiten reproduziert wurden oder bestimmte Algorithmen angewendet wurden. Das geht dann letztendlich, bewege ich mich dann auf anderen Stufen, die Studierenden sollen sich auf anderen Stufen bewegen, Das wären dann eher Urteilsbildungsstufen, Stufen der Analyse oder auch Stufen der Kreativität, wo eine Syntheseleistung zu erbringen ist. Und das kann ich dann recht schön aufzeigen. Und das ist dann zugleich natürlich auch ein Feedback, was eine, beziehungsweise für die Studierenden, die sich das zu Herzen nehmen, auch eine Entwicklungsrichtung aufzeigen kann in ihrem weiteren Studienprozess. Die Frage, die sich jetzt am Schluss noch aufdringt, ist, wenn das andere Lehrende sehen, dann sagen die nicht, das ist ein gescheit großer Aufwand und eigentlich eine ziemlich radikale Umstellung auch von vielleicht bisher Vorgangsweise, gibt es da nicht Widerstand oder skeptische Blicke? Ja, also es ist ganz interessant, wie dieser Prozess letztendlich in die Hochschule hineingetragen wurde. Also die Hochschulleitung hat einen Prozess initiiert, wo in einem ersten Schritt ein Dutzend Personen zu Multiplikatoren für Kompetenzorientierung ausgebildet wurden. Ich war damals auch in einer Leitungsfunktion und wir wurden angesprochen und es hieß, bitte ihr als Department, ihr müsst auch eine Person entsenden, damit die zum Multiplikator ausgebildet wird. Und dann hat man natürlich, beobachtet man häufig dann, dass es so eine automatische Abwehrhaltung gibt, nicht schon wieder so ein Projekt, das bei uns in die Hochschule hineingetragen wird. Was wollen die noch alles von uns? Wir haben doch eh schon so viel zu tun und jetzt soll ich mich auch noch mit so etwas beschäftigen. Letztendlich war niemand da. Ich hatte ein originäres Interesse, weil ich generell Hochschulgeschwindigkeit interessant fände, wollte mich aber nicht vordringen, aber es hat sich de facto niemand gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich halte es für ein wichtiges Thema, ich habe auch Interesse, habe zwar wenig Zeit, aber ich gehe dort in diese Ausbildung. Letztendlich habe ich diese Ausbildung absolviert und war auch am Anfang, wie es so als britischer Wissenschaftler, so ist man ja immer auch skeptischer, ich war auch immer recht skeptisch. Und habe dann aber recht schnell Feuer gefangen. Ich habe erkannt, dass das eigentlich für mich erstmalig so eine Art Meta-Konzept ist, was sich so eine Philosophie um alles rumspannen lässt, aber was zugleich auch sehr gut zu operationalisieren ist. Das ist ja für mich auch im Alltag recht wichtig. Ich kann also keine Konzepte haben, wo ich zwei Jahre erstmal intensiv recherchieren muss, bevor ich das in die Lehre übertragen kann, oder wo dann vielleicht auch alles nebulös bleibt. Hier ist eigentlich alles relativ klar, zumindest für mich war es relativ klar. Und ich habe dann im Kollegium davon berichtet und es hat natürlich Neugier erzeugt. Es hat Neugier erzeugt, weil ich habe dann eben auch von den Vorteilen berichtet, durchaus auch in der Lehre. Und konnte auch insbesondere Kritiker mitnehmen, Kritiker, die also der Meinung sind, dass die Hochschullehre ja heutzutage nicht mehr das ist, was immer vor 30, 40 oder 50 Jahren waren und dass ja sowieso alles viel zu leicht ist und die Noten wären alle zu gut und viel zu inflationär. Da habe ich gesagt, naja, mag sein, mag nicht sein, aber man muss dann auch wissen, warum eine Note gut oder schlecht ist oder eine gezeigte Leistung gut oder schlecht ist. Und dafür braucht man eigentlich ein Konzept. Und dieses Konzept kann sich eben nicht darauf erstrecken, dass man einfach nur Punkte addiert. Ja, dass man irgendwie etwas summiert. Am Ende hat ein Student schön auswendig gelernt und reproduziert. Er geht mit einer 1,0 nach Hause und im nächsten Semester stellt man dann fest, dass eigentlich von diesem Wissen entweder nichts mehr parat ist, weil es eben das berühmte Auswendiglernen drei Tage vor der Klausur ist, das sogenannte Bulimielernen oder dass möglicherweise die Begrifflichkeiten und Definitionen noch zur Verfügung stehen, aber de facto nicht durchdrogen wurden, nicht verstanden wurden. Also die Konzepte, die dahinterliegenden Konzepte wurden nicht begriffen. Und da kann man natürlich nicht darauf aufbauen und man kommt auch nicht voran im weiteren Verlauf des Studiums. Und da habe ich ja diesen Kolleginnen und Kollegen, das berichtet und auch erläutert, die meine Sichtweise der Dinge ist und ich habe eigentlich auch mit einer größeren Ablehnung gerechnet, aber die haben sehr schnell Feuer gefangen und dann kam es sehr schnell dazu, dass das gesamte Department gesagt hat, wir wünschen uns eigentlich auch eine Schulung auf Departmentebene. Wir möchten eigentlich wir als das Department Wirtschaft, also als ein Fachbereich, als eine Einheit mit einer eigenen Fachlichkeit, wir möchten uns also diesem Thema also auch nochmal sehr intensiv widmen und das ist ein Prozess gewesen. Und dann haben sich kleine Fachgruppen gebildet, also die Professuren für Rechnungswesen haben sich dann zusammengesetzt und haben dann gesagt, mein Gott, was bedeutet dieses Konzept eigentlich für unsere Fächer, für unsere Lehre, ja, können wir nicht genau damit die Probleme adressieren, die wir schon immer hatten. Das gleiche haben die Juristen gemacht, das gleiche haben dann andere Fachgruppen gemacht und dann hat man das wieder zusammengetragen, hat das besprochen und irgendwann hat es sich halt auch konkretisiert in den Modulhandbüchern. Und dann kann man natürlich auch sehen, was machen andere und sieht, aha, man versteht ja auch die Logik, man versteht vielleicht nicht unbedingt die fachlichen Inhalte, man versteht sofort die Logik, die wir anderen verfolgen, die innere Logik, die dort angelegt ist in so einem Learning Outcome. Und man kommt dann auch ganz anders ins Gespräch. Und der nächste Schritt, vor dem wir jetzt stehen, ist eigentlich die nächste Stufe, das ist eigentlich jetzt die Verzahnung innerhalb von Studiengängen. Also wenn man einmal dann auch an der Modulebene war, dann fängt man natürlich auch an, mal darüber nachzudenken, was man eigentlich sowieso machen sollte, was de facto häufig nicht passiert, wie ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich das intendierte Learning Outcome auch an der Studiengangsebene? Und so kommt also ein Prozess, ein ungezwungener Prozess zustande, also es ist quasi eine Initialzündung, die dazu geführt hat, dass man Stück für Stück und sukzessive in einen Restrukturierungsprozess eingetreten ist. Gut, super, vielen herzlichen Dank, dann freuen wir uns darauf, auf den Impuls in St. Pölten. Ich freue mich auch.